ok 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 den können wir schlagen können wir schlagen ok 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 konzentration ich werde jetzt nicht so sehr auf den chat achten es tut mir leid aber ich muss den schlagen es ist die map wo wir mit liberator abusen können ich muss jetzt perfekten bild spielen im jahr sagt tschau 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 bella das können wir schaffen das können wir schaffen wenn protoss auf dieser map er wird war christmas spielen aber mein opening ist genau gut dafür mein opening ist super ich mache jetzt ein bild um das in irgendeiner weise zu counter falls möglich aber auf jeden fall um damage zu machen das können wir schaffen und zwar brauche ich nämlich den cyclone der counter so ein bisschen die ersten zwei adepten die kann ich nämlich catchen vielleicht mehr damage machen dann kommen zwei liberator an die mineral lines an die äußeren pakete da er sowieso gleich pusht und der cyclone kommt dann wieder zurück in die base damit wir auf jeden fall preventen können dass der hier irgendwo droppt und müssen natürlich marines verteilen überall in der base die ich gleich bauen werde nur um das dropship abzuwehren wenn er dann noch weniger mineral lines hat und wir dann gut pushen machen wir nicht verkacken dann können wir das gewinnen das war die kurze zusammenfassung das echte leben sieht schlimmer aus und danke für den folgen ich gucke gleich nach wer es ist nach dem match 1 1 1 1 bild natürlich so schnell wie druck machen möchte die nur möglich ich könnte auch die die expansion da vornehmen aber ich ja ich mache die jetzt so und mir ist auf jeden fall wichtig dass wir gleich der mensch machen deswegen die factory gleich boah ja fast oracle äh adapt es ist hart aber der wird den selben playstyle spielen jetzt eben auch das ist das sage ich euch der wird genau so machen und jetzt in anderen terra und wird versuchen das spiel sehr schnell zu beenden wenn ich jetzt mit dem replay aktiv auf dem map ein bisschen was zu machen aber ich möchte den nicht verlieren weil wir den gleich mit dem cyclone äh wir bleiben erstmal zurück wenn der cyclone ready ist dann können wir mit den adepten angreifen was uns auf jeden fall damage bringt deswegen weil cyclone und cyclone und hier heißt hier adept äh cyclone und reaper sind halt sehr geil ja kleines problem mit den dingern da jetzt ganz ganz wichtig ganz wichtig dass wir sofort liberator bauen und dann gg naja ist noch lange nicht gg aber ihr wisst was ich mein das ist sehr gut der erste adept ist down genau so stelle ich mir das vor genau so stelle ich mir das vor erster adept down sehr schön wir stellen die marines in die mirror line weil ich jetzt halt gegen oracle nicht geschützt bin aber in dem sinne sind wir es hier doch direkt panzer bauen gucken dass wir gleich nicht so frei geblockt sind aber da sind wir noch lange nicht wir können mit dem river ein bisschen tanken das finde ich gar nicht so schlecht ich versuche jetzt irgendwas zu killen ja den dürfen wir nicht verlieren äh oh wow was zur hölle ist das für ein bild ich werde eine sensor tower bauen weil ich halt echt da ist er da ist er da ist er fuck nein der kann einfach hier rein warpen was zur hölle schießt das ding ab der hat nicht meine zweite basis die drei ist die drei ist der hat da gar nichts der hat gar keine base aber so viel damage haben wir gar nicht mitgenommen der hat beim der hat und der 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 das der 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 Hier kommt der Dept, jawohl! Jawohl! Ja! Was that a good boss? Ah, stock up there. Oh! Ah! Ready for dust off! Why didn't A sub stim? Don't skin your Garnix. Yo, come. Yo, come here. Okay. Scheiße. I don't know if I got a war. Okay, we're coming. Come here. Okay. I got a fire. Why weren't you ready? Now what? What's up? Armed and ready. Our SCVs, armed and ready. Nee, schon wieder, ey. Das ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Der ist immer noch One Base. Mich verarschen. Hat der keine andere Base? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ja nicht sein. Was? Yes! Ja, ha, ha! Oh! Yes! Das kann doch nicht wahr sein! Bam! Jawoll! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Denn das war ein anstrengendes Tournament! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum! Beh! Bis zum nächsten Mal.